Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Von GOP erwartet Sie Spitzenleistungen, auch wenn es um Gesundheit von Ihrem Haustier geht. Neben optimaler Tiernahrung der bekanntesten Marke, offerieren wir Ihnen zusammen mit Pedigree und Viscas in unseren grösseren Läden jetzt auch eine Fachberatung zum Thema Tiergesundheit. Erfahrene Tierärzte informieren Sie über Gesundheitsvorsorge bei Hund und Katzen und geben Ihnen Auskunft auf Fragen im Zusammenhang mit häufig auftretenden Problemen. Über 60% von allen Hunden und Katzen leiden zum Beispiel an Zahnproblemen. Bei starker Zahnsteinbildung empfiehlt sich der Besuch bei einem Tierarzt, damit er den Zahnstein entfernen kann. Ist dann der Zahnstein mal entfernt, helfen spezielle Produkte von GOP, wie Viscas Denta Bits oder Pedigree Denta Rask, Neubildung von Zahnsteinen zu vermindern. Wie bei sich selber können Sie auch bei Ihrem Hund einen Gesundheitscheck machen lassen. Der Vorteil liegt darin, dass Erkrankungen frühzeitig erkannt werden und dadurch beispielsweise der Nährung angepasst werden kann. Fachberatung zum Thema Tiergesundheit gibt es jetzt, wie gesagt, in den grösseren GOP-Läden. Beachten Sie bitte die entsprechenden Plakate oder den Hinweis in der GOP-Zeitung. Auch wir Menschen müssen auf Gesundheit schauen. Jeden Tag brauchen wir Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Fehlt etwas, dann werden wir unweigerlich krank. Dank 13 Vitamine und 14 Mineralstoffe sorgt das neue Santogen Gold für die umfassende Versorgung von diesen lebenswichtigen Nährstoffen in einer ausgewogenen Zusammensetzung. Mit nur einer Tabletten oder Brusentabletten am Tag leistet Santogen Gold darum einen wichtigen Beitrag an Gesundheit und an das Wohlbefinden. Ebenfalls einen Beitrag an das Wohlbefinden leistet jetzt Armin Amrain mit seinem Rezept. Wenn es gut, schnell und günstig sollte sein, kommt man schnell einmal auf Eier. Grüezi miteinander. Proppe so ein zwei Eier kochen, abschrecken und schälen, wie ich es da schon gemacht habe. Eine gehackte Zwiebel in die Manken dämpfen, Mehl darüber streuen und kurz mit dämpfen, dann mit Weisswein und Milch ablöschen und unterrühren lassen aufkochen. Fein geschnittenen Schnittlauch, Basilikum und Peterli dazugeben mit Pfeffer, Mosken und Salz würzen. Halb Dijosenf, halb milder Senf einrühren und ganz am Schluss 1-2 Esslöffel Crèmefrescher dazugeben. Die Eier halbieren und in der Soße gut durchwärmen lassen, dann sofort servieren. Zu diesem Eier voressen passen zum Beispiel grüne Nudeln und ein Salat. Das Rezept für das Gericht steht in der neuen Coop-Zeitung und hier zur Erinnerung noch einmal alle Zutaten, die wir gebraucht haben. Eier, Zwiebeln, Anken und Mehl, Weisswein und Milch, Schnittlauch, Basilikum und Peterli, Mosken, Salz und Pfeffer, Senf und Crème fraîche. Danke Armin. Gutes halbes Jahr ist es her, seit wir die Supercard eingeführt haben. Sehr erfolgreich übrigens. Mehr als zwei Drittel des Umsatzes wird über die Supercard abgewickelt. Wer sammelt, der will natürlich auch bestellen. Und darum kann man jetzt Landauf, Landab eine solche Szene beobachten. Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? Ja. Der Böstler hat Ihnen gerade ein Päckchen gebracht, sicher von Supercard? Ja, das stimmt. Und was haben Sie bestellt? Mein Mann bewunderte Rezepte von Armin Amrain. Und darum habe ich ihm eine Brotpfanne bestellt für 6500 Superpunkte. Sammeln geht weniger lang, als man denkt. Und bei den zusätzlichen Superpunkten, die es jede Woche gibt, kommt es schnell ein bisschen zusammen. Morgen gibt es wieder Gelegenheit, um sparen und zu sammeln. Alle Butterzöpfe an 300 bis 500 Gramm sind 25% günstiger. Mit der Gob Supercard kommen Sie in drei Päckchen Galahörnchen für 2,25 Euro. Und beim Kauf von einem Vierer-Set Galuna gibt es 150 Superpunkte für Superprämien. Sie wissen ja, Supercard vorzeigen, sofort profitieren. Mit diesen Hinweisen bin ich am Schluss für heute. Danke fürs Zuschauen und noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen und noch einen schönen Abend.